Jo, hier ist Mr. Mike. Heute werden zwei Gewinnspiele auf einmal aufgelöst und zwar einmal das für den Spawling Grip Control. Das solltet ihr ja für Lisa, die ich bei einem Wettbewerb unterstützen wollte, täglich voten, damit die weiterkommt. Leider ist sie nicht unter die 50 Ersten gekommen, aber trotzdem, ihr habt gewotet und es waren wirklich 137 Leute, hat sie gesagt, die tagtäglich gewotet haben. Teilweise welche mit mehreren Accounts und das wäre echt richtig krass. Da muss ich auch nochmal von Lisa vielen Dank für die Unterstützung sagen und der Gewinner wurde schon auf Instagram von mir angeschrieben. Freut sich schon riesig auf den Grip Control und der Ball ist schon unterwegs. Jetzt geht es weiter zum 2K Gewinnspiel. Wie ihr wisst, das Video findet ihr hier zum 2K Gewinnspiel. Ihr musstet mir Clips einsenden und ja, mal zeigen, was ihr drauf hattet. Aber es ging halt nicht wirklich um Skills, weil ich wollte ja auch, dass Anfänger teilnehmen können und da eine Chance haben. Deshalb habe ich gesagt, ja, Skills sind nicht wichtig. Die Idee alleine, lustige Idee, was wirklich einfallsreich ist, was kreatives, das alleine schon, ja, bist du mit dabei. Und haben einige gemacht. Der erste Platz habt ihr ausgewählt. Ihr habt die besten 3 ausgewählt, aber der erste Platz, ich fand ihn witzig und finde auch zu Verdienst gewonnen. Hat er, keine Ahnung, mich hat er zum Lachen gebracht. Ich finde es cool. Und ja, die meisten haben dafür gestimmt. Deshalb, ja, die ersten 3 findet ihr nochmal hier. Und schreibt mich bitte auf Instagram nochmal an, damit ich dann eure Adressen habe und euch die Preise zuschicken kann. In der Hinsicht könntet ihr aber vielleicht auch noch zu 2K auf Instagram gehen, 2K Deutschland und denen vielleicht irgendwie ein Hashtag da lassen. Dankeschön und so für dieses coole Gewinnspiel, das wir das nächste Jahr vielleicht nochmal machen können. Weil ihr wisst ja selber, die haben das alles gestiftet und das ist nicht selbstverständlich. Und da muss man echt mal ein Dankeschön sagen, weil das ist echt der Hammer. Das ist wirklich der Hammer, das hier einfach for free rauszuhauen. Also da kann man echt einfach nur Danke sagen. Ja, in der Hinsicht, auch hier nochmal zeigen, oder? Hammer, geiles Teil. Der erste Preis ist schon wirklich fett. Hätte ich auch gerne. Schicker Ball, schicke Glasbox. Der Hammer. Ja, in der Hinsicht war es das schon wieder. Vielen Dank fürs Zugucken. Euer Mr. Mike. Ja, in der Hinsicht. Ja, in der Hinsicht.